Also, nun live den Blues einsamen Gurke von 1903 Wann. Es war eine einsame Gurke. Die war einsam und allein. Und da war ein einsamer Gurkenpflücker. Er ging in den Wald und pflückte die einsame Gurke. Und er packte sie in den Gurkensack. Und wie der Dara schon sagt, in den Gurkensack waren schon gemeinsame Gurken. Also war die Gurke nicht mehr einsam. Genau so, wow, das ist echt ein Schwachsicht. Die werden die Decks dazwischen. Und weiter, was ich nicht mehr. Weil die Decks dazwischen. Ach, ich auch gehört.